Bei der Corona-Demo am Samstag hat es einen Zwischenfall gegeben, als die Polizei eine Demonstrantin wegen eines Verstoßes gegen die Maskenpflicht aus der Menge zog. Mehr dazu im Schwerpunkt des Audiosnack. Was sonst noch wichtig ist? Osnabrück Der Gesundheitsdienst von Stadt und Landkreis Osnabrück stößt angesichts der massiven Ausbreitung von Corona an seine Grenzen. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden stellt am Freitag mit 1.081 fast eine Verdopplung des bisherigen Höchstwertes dar. Die Oberbürgermeisterin Katharina Pötter und Landrätin Anna Kebschul appellieren in einer Mitteilung, dass die Bürger in dieser Lage besondere Eigenverantwortung zeigen müssten. Osnabrück, Emsland Stehen Unternehmen in der Region Osnabrück und Emsland zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie auf wirtschaftlich stabilen Füßen? Bis heute ist die Insolvenzwelle, vor der in der Vergangenheit oft gewarnt wurde, ausgeblieben. Das zeigen auch die aktuellen Ergebnisse der Konjunkturuntersuchung von der zuständigen Industrie- und Handelskammer sowie der Kreditreform Osnabrück-Nordhorn. Bei den rund 29.000 Unternehmen, die für die regionale Risikoanalyse im IHK-Bezirka herangezogen wurden, hat es nur 229 Zahlungsausfälle gegeben. Zum Schwerpunkt, bei der vergangenen Corona-Demo am Samstag hat es einen Zwischenfall gegeben, die Polizei zog eine Demonstrantin und Ordnerin wegen eines Verstoßes gegen die Maskenpflicht aus der Menge. Zur Klärung führte die Polizei sie an die Seite, was in lauten Protesten anderer Teilnehmer mündete. In der öffentlich einsehbaren Telegram-Gruppe Grundrechte Osnabrück veröffentlichte die Frau am Dienstag den Bericht ihrer online erstatteten Anzeige gegen die Polizei. Dort gibt sie an, leichte Kreislaufprobleme gehabt zu haben, daher habe sie wiederholt die Maske für ein paar Sekunden unterhalb der Nase getragen. Als man sie darauf angesprochen habe, sei sie einfach weitergelaufen und aus Angst vor Polizeigewalt schließlich losgerannt. Die Polizei habe sie jedoch bedrängt und eingekesselt, in einer Seitenstraße hätten die Beamten ihre Personalien aufnehmen wollen, die sie zunächst nicht wahrheitsgemäß angegeben habe. Das Verhalten der Polizisten bezeichnet die Frau als völlig unverhältnismäßig. Die Polizei bestätigte am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion den Eingang der Online-Anzeige. Wer aufgrund von körperlichen Beschwerden wie Kreislaufproblemen oder Atemnot die Maske abnehme, müsse aus der Menge heraus und gegebenenfalls die Demo verlassen, dann könne die Maske selbstredend abgenommen werden, erklärt ein Polizeisprecher. Wenn diese Person aber in die Menge zurückkehre, dann mit Maske, die Frau erwarte nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht. Das waren die wichtigsten Nachrichten aus deiner Region, Stand 16.30 Uhr. Weitere Nachrichten und Hintergründe findest du auf noz.de slash audiosnack. Die nächste Folge hörst du am Montag. Schönes Wochenende! Warren das Papa Manio 8 1 21 2 2 2 5 dann